Wojci, bist du jetzt unter die Fußballspieler gegangen? Ja. Was denn? Wojci, jetzt noch was sein. Komm, du bist der Torwart. Gib mir den Ball. Warte mal. Eins. Zwei. Und. Boah, es leckt sich immer nur den Mund, wenn du nervös bist. Drei. Wima, du darfst auch laufen. So wird das nix. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.